Hallo Leute, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr seht, die Josef von Josef Braunschweig. Unser heutiges Thema ist, warum es keine unabhängige Presse bei uns gibt oder warum die Presse nicht unabhängig ist. Wir haben ja im Prinzip zwei größere Zeitungen, das ist einfach die neue Braunschweiger und die Braunschweiger selbst. Beide Zeitungen sind auf Werbeaufträge angewiesen, das heißt Werbung, wo sie eben an Angst entscheiden und und und. Vor allem die Braunschweiger Zeitung ist darauf angewiesen. Einer mit der größten Werbeträger ist zum Beispiel VW, aber auch die Stadt Braunschweig. Daher kann eine Berichterstattung, eine unabhängige Berichterstattung gar nicht stattfinden. Ganz einfach, wenn sie also nicht so schreiben, wie sie schreiben müssen, fallen ihnen die Werbeaufträge well. Das heißt, es wird gesagt, entweder ihr schreibt das so wie wir das wollen oder es ist Schicht im Gatton und dann kriegt ihr keine Aufträge mehr. Dann können sie natürlich auch nicht mehr die Gehälter zahlen und wir haben es ja hier, dass danach gerutscht wird. Das heißt also, man rutscht dann in die zum Beispiel Flughafengesellschaft, wird Sprecher der Flughafengesellschaft oder arbeitet dann später für VW in der Medienzentrale. Das sind die Abhängigkeiten und wenn man in den historischen Teil guckt, also so um die Zeit, wo hier der Auge aus Österreich hier war. Da wird also auch schon in Geschichtsbüchern geschrieben, dass die Presse hier eine Parteizeitung oder eben geneigt war, dem in das Regime zu dienen. Und da hat sich also nicht viel geändert. Das heißt, sie sind abhängig von Aufträgen der Stadt, von Aufträgen von Wolfsburg, von VW und dementsprechend kann keine unabhängige Presse entstehen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, wenn sie nicht so schreien, wie sie sollen, dann erschiecht den Gatton. Sieht sowieso übelst aus durch Medien, Internetmedien, wie auch hier mal eine Nachrichtensendung feiligen natürlich die Werbeaufträge weg. Es sind immer mehr Leute, die die Zeitung nicht lesen, weil sie eben einseitig schreibt. Dadurch bildet sich eine Schraube nach unten, die immer weiter fortgetrieben wird. Und wie gesagt, man steht ja schon in der Stadt und verschenkt die Zeitung in der Hoffnung, dass sie ein Abo nimmt. Und es sind immer weniger, die die Zeitung wirklich lesen wollen. Man versuchte dann eben auch, oder übers Internet, die Internetseite, ein junges Klick oder eben mit Videos zu arbeiten, wie ich das auch schon mache. Inwieweit das angesehen wird, ja, vielleicht mehr Klicks, wie ich habe, weiß ich nicht. Was immer da immer mehr noch drauf gucken. Ich gucke ja auch ab und zu drauf. Aber die Zeitung selbst als Printmedien hat im Prinzip verspielt. Und das wissen sie auch. Wie gesagt, deswegen werden eben Analysten geschaltet oder eben, dass man mich als Prangert TV an Prangert sozusagen. Oder eben so schreibt, wie es der Bürgermeister oder die Stadt Braunschweig möchte. Ja, ich habe dazu natürlich einen kleinen Film gemacht, um euch das mal zu zeigen. Und ich würde mal sagen, Film ab, bitte schön. Ich will euch hier mal zeigen, warum die Braunschweiger nicht unabhängig berichten kann vom Flughafen. Ihr seht hier, hier ist Werbung drauf von der VW Bank. Und die Braunschweiger Zeitung ist nun mal leider auf diese Werbung angewiesen. Und dementsprechend werden natürlich auch die Berichte ausfallen. Es wird also kein Bericht gegen VW entstehen, weil VW sonst seine Werbeaufträge oder die Volks-VW Bank ihre Aufträge hier zurückzieht. Und daher kann hier keine Berichterstattung, freie Berichterstattung stattfinden. Man hat zwar noch andere Werbeträger wie hier Buhl und der kleine, aber VW durfte hier, was Inserate angeht, mit Sicherheit einer der größten Kunden sein, der Braunschweiger Zeitung. Und daher kann eine Berichterstattung, ob es jetzt über den Flughafen oder die Stadt ist, wo VW mit Beteiligte gar nicht stattfinden, weil VW würde sofort die Aufträge zurückziehen. Und hier sind zwar Berichte drin über die Stadtwerke in Wolfsburg. Man berichtet zwar sehr gerne von außerhalb, aber eben nicht innerhalb dieser Stadt. Und das ist das Problem. Also eine freie, unabhängige Presse kann somit gar nicht stattfinden, weil man auf die Aufträge der Werbekunden angewiesen ist. Die Printmedien gehen sowieso zurück, das wissen wir allgemein. Weil viele Leute holen sich ihr Wissen eben aus dem Internet, weil es vielfältiger ist. Und eben, wie gesagt, teilweise auch von freien Journalisten oder eben privaten Journalisten oder eben Hobbyjournalisten oder wie man sie alle nennen will, die berichten. Ob jetzt die Berichte gut oder schlecht sind, aber man kriegt eine Vielfalt mit und die ist hier eben nicht gegeben, weil eben auch die Braunschweiger Zeitung eben angewiesen ist auf diese Werbeverträge von der VW. Das heißt also, die großen Konzerne geben vor, was man in der Presse lesen kann und darf. Unter anderem wird auch die Stadt Braunschweig Werbeträger sein. Deswegen sind also auch die Berichte eben dementsprechend zum größten Teil geschönt oder eben nicht so, wie man sie sich erhofft als Braunschweiger. Irgendwo zwar verständlich, aber eine freie Presse in dem Sinne ist es nicht. Das ist das Problem. Es ist also keine unabhängige Presse mehr. Und das betrifft jetzt nicht nur die Braunschweiger, das betrifft also manche andere regionale Zeitungen auch, die eben davon betroffen sind, dass sie eben auf diese Werbeaufträge der Stadt oder eben größere Konzerne, die vor Ort sind, angewiesen sind. Und wenn sie nicht so berichten, wie sie eben berichten sollen, dann ist ruckzuck Schicht und dann fallen die Werbeaufträge weg und dann können sie ihre Zeitung komplett zumachen. Also es ist nicht nur ein Problem der Braunschweiger Zeitung, sondern es ist ein Problem generell für Printmedien. Manche berichten, wie gesagt, sehr gut, manche berichten aber auch sehr einseitig, weil sie eben auf politische Weisung oder auf Druck von Großkonzernen zu bestimmten Pressemeldungen gezogen sind. Tja, dazu kommt eben noch, dass man sich also schöne Jobs erhofft in der Industrie oder eben in der Stadt oder was weiß ich, dass man da reinrutscht. Und daher schreibt man, sind dann manche eben übereifrig oder ja, wir haben auch festgestellt, dass also selbst die eigenen Berichte gefälscht werden. Und das ist mit freier Presse, unabhängiger Presse hat das nichts zu tun. Es gibt noch Medien, die frei und frei entscheiden, aber im Großen und Ganzen sind sie abhängig. Abhängig vom Staat, also Pressefreiheit ist eigentlich Augenmischerei für den Leser, zumindest was hier die Braunschweiger angeht. Ja, so weit, so gut von den Unziffer-News über die unabhängige Presse hier im Braunschweig. Habt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den letzten Unziffer-News. Ciao.